Musik Wir als Kirche in Bremerhaven sind mehr, von Anfang an. Wir sind als Begleiter dabei. Wir sind als Begleiter dabei, wenn Kinder etwas fürs Leben lernen. Magst du einmal zeigen, wen du da hinter der Wolke hast? Oh, wer ist das denn? Jesus. Wir sind als Begleiter dabei. Wir sind als Begleiter dabei, wenn Jugendliche Kirche gestalten. Hallo. Wir sind da, wo das Leben ist. Mit Ihnen und mit Euch. Wir sind da, wo Leben ist. In schlechten und in guten Zeiten. Wir sind da, wo das Leben ist. Mit Ihnen und mit Euch. Wir glauben, dass wir mehr sind, wenn wir uns einander zuwenden. Rufbereitschaft Notfallseelsorge. Schönen guten Tag, hier ist die Rettungsleitstelle in Bremerhaven. Wir hätten einen Einsatz für Sie in der Innenstadt. Dort benötigt der Rettungsdienst einmal die Unterstützung vom Seelsorger. Okay, ich ziehe los. Wir sind da, wenn wir gerufen werden. In der Hoffnung auf Gott, der uns aus dem Tod ins Leben führt, nehmen wir Abschied. Und wir sind auch dann als Begleiter dabei, wenn wir Abschied nehmen müssen. Er erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Er erhebe sein Angesicht auf Dich und erhebe sein Angesicht auf Dich und erhebe sein. Entschuldigung. Er hebe sein Angesicht auf Dich und erhebe sein Angesicht auf Dich und erhebe sein Angesicht auf Dich und erhebe sein.